Okay, willkommen zurück bei Pokemon Red Heck. Hi! How are you doing? Was machst du? Mein Name ist Sandy. Meine Arena verwendet nur Wasser-Pokémon. Sie beschützen mich, immer wenn mich einer angreift im Vulkan. Also immer wenn sie im Vulkan angegriffen wird, wirst du beschützt. Es macht mich stärker als irgendjemand, der hier Pokémon von... Ja, es macht sich stärker als irgendjemand anderes, der hier Pokémon verwendet. So, reinerseits der Kampf gegen Sandia. Ist die auch, wenn sie eigentlich Misty ist? Bin gespannt, welche Pokémon sie hat. Aquana. Na gut, Aquana ist ein richtig gutes Pokémon. Ich fürchte, wir müssen jetzt mal auf Smog spielen. Auch wenn der Tag jetzt hundertprozentig immer daneben gehen wird, weil jetzt eh schon der Sandwirbel unser Koffing geschwächt hat. Aber setzen wir unser Feuer-Pokémon ein, wird es einfach geworter geahnt. Aber ich muss es jetzt mal riskieren. Also Growlite, Feuer gegen Wasser. Ich weiß, ich weiß, sollte man die einsetzen, aber... Wir haben keine andere Wahl. Smogans Attacken gehen ständig daneben und Growlite ist unsere einzige Lösung. Ich probiere es mal mit Biss. Und wenn wir verlieren, dann, was auch sicherlich passieren wird, werden wir, oder werde ich wieder auf Screen trainieren. Ich hatte schon befürchtet, dass wir es nicht schaffen, anfangs gegen die zu gewinnen. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass wir verlieren werden, weil Koffing kann jetzt da nichts mehr reißen, würde ich sagen. Also, ich muss sagen, das kann man gleich aufgeben. Wir haben nicht einmal dieses Aquana besiegt. Ich bin gespannt, was ihr zweites gewesen wäre. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Also, zu sehen, was ihr zweites Pokémon ist, meine ich. Aber ich glaube, jetzt eher nicht mehr, nachdem unser Koffing so in Mitleidenschaft gezogen wurde. Haben wir irgendeinen Trank? Vielleicht kann man da noch irgendwie... Wir haben eine Waffe, wir könnten das Aquana ja schießen irgendwie. Wir holen einfach unsere Knarre raus und ballern dieses Aquana ab. Aber stattdessen verlieren wir mal wieder. Na gut, ähm... Ja, dann muss ich wohl auf Screen trainieren. Ich trainiere sie auf Level... Ich weiß nicht einmal, wo ich sie trainieren kann. Die Pokémon auf dieser Höhle haben ein zu niedriges Level, als dass ich hier optimal trainieren könnte. Ich schaue mal mich jetzt ein bisschen rum. Vielleicht finde ich ja irgendeinen Ort, an dem wir trainieren können. Aber ich finde es auch ein bisschen blöd, dass hier 20er Trainer-Pokémon sind und, ähm... Und dass hier dann in der Höhle nur 7er Pokémon, 7 bis 12er Pokémon drin sind. Ich kann es euch mal zeigen, wie die Pokémon hier drin sind. Noch mit zur Erinnerung hier in Volpix. Hm, ja, sogar ein niedriges Level, als ich gedacht habe. Nur Level 5. Also, wie soll man da richtig trainieren können? Also, 12er wären mindestens da. Oder... Ja, ein paar 12er sind ja auch drin, aber die sind eher selten zu finden. Hm, wo trainiere ich denn jetzt? Wo trainiere ich jetzt? Hm, in der Route da, wo es zu Bill geht, ist ja auch kein Gras. Wir können ja auch einfach weitergehen und die Arena später machen. Das wäre, glaube ich, die beste Option. Wir können ja noch weitergehen. Vielleicht finden wir da auch ein Gras, wo wir unsere Pokémon trainieren können. Ja, ich glaube, das wäre die beste Option. Gehen wir mal hier lang. Hier kommen wir... Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Hier geht es dann wahrscheinlich in die Höhle rein. Ja, hier ist die Höhle, wo es zurück geht. Und hier ist die Höhle, wo es woanders hingeht. Findet es hier ein verstärktes Item? Mal schauen. Hm, sieht nicht so aus. Gehen wir mal in die Höhle. Aha, sehr interessant. Können wir hier auch gut trainieren? Ich schaue mal schnell. Also, ich glaube, dieser Tunnel wurde durch den Tunnelpfad... Wäre eigentlich der Tunnelpfad, der mit dem normalen Spiel spielen würde. Oh, 19er. Viel besser zum Trainieren. Dann setzt die Matäkel ein. Ja, ja, gut, gut, gut. Kann man sehr schön trainieren hier. Aber ich glaube, wir ziehen erst einmal weiter. Die Arena können wir ja noch viel, viel später machen. Wir haben eine Zeit, ne? Wir müssen dann latschen, wir halt eben zurück. Wir müssen eh noch... Es wird wahrscheinlich eh ähnen wie Oranje City und dazu hier City. Leech Life schon wieder. Oder schon wieder, ich weiß gar nicht. War gerade noch zu aufmerksam. Ähm, ja. So, wieder ein paar Erfahrungspunkte für Smogern. Jedes Erfahrungspunkt ist wichtig fürs Smogern, damit Smogern irgendwann mal auch Schlammbart lernt. Weil die anderen Attacken sind fett für'n Arsch. So. Huh. Lavandiermusik. Oh nein. This used to be a good town. Before they made the Graveyard. Das war eine gute Stadt, bevor der Friedhof auftauchte. Now, no one wants to visit. Nun besucht uns niemand mehr. Tja. Okay, das soll wohl Lavandier sein. Hallo, hallo. Ich bin der offizielle Nämmerator. Wollt ihr mich die Nämmeren von eurem Pokémon schreiben? Nein, danke. Wobei doch, wir wollten ja unseren Ding Emo nennen. Unser Smogern Emo. Weil es sich ja im Part 1 selbst, weil der Zatz in der Höhle... Coffin? Ist es? Das ist ein decenter Nämmer. Aber würdest du mir gerne geben? Ist es ein neuer Nämmer? Wie geht es? Fine. Was soll man name it? Na gut, äh... Moment, ich schau mal kurz. Ja, gut. E-M-O-S-M-O-G. ich muss machen dann bevor okay dann nennen wir unsere vulkaner auch noch gleich um die nennen wegen denn es ist der ein hund findet ihr irgendeinen hundenamen ja ich habe einen coolen hundenamen ich nenne ihn moment einen schönen passenden namen für einen hund rex okay das pokémon heißt rex so hieß übrigens wenn der hund unseres nachbars also meines nachbars früher ist leider schon längst tot habe mich immer eingebellt als ich von der schule kam war ganz lustig ja gut den haben wir schon angesprochen so ha 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 das soll wohl der lavendierturm sein interesting mr bank went to pokemon cemetery to pray er ist in dem pokémon dings da gegangen um zu beten die leute nennen ihn minister bank ich liebe meinen der die sehr viel ich mag bei der die ja toll ist eine karte ja das ist eine karte schauen wir uns gleich an wo es sind gut wir sind jetzt aber nicht da hier so da wir sind jetzt hier sind sie durch den mount 3 hierhin gekommen in larry mary town aka lavandier die musik oh gott diese musik hat ja auch lange kleine kinder getötet die haben nie diese musik hat kinder zum suizid zum selbstmord getrieben this town is known as the gay side of pokemon diese stadt ist die grabstätte der pokémon memorial services are held in pokémon cemetery erinnerungen sind hier im pokémon dings da die gewisse pokémon cemeter nein eigentlich würde im originalen stehen glaubst du an geister aber hier steht was anderes ich gebe auf ja you're great i would be scared und was ist wenn ich nein nehme die selbst spirits haunt the place i'm too scared to see for myself ok das kann ich gerade nicht so im übersetzen welcome to the pokemon center we heal your pokemon back to perfect health schnauze 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 was bist du team rocket will do anything for the sake of gold und hier ist nichts mehr wir brauchen ein neues pokémon naja jetzt finden haben wir zwei optionen wo es weiter geht ich versuche mal nicht gegen die träne zu kämpfen sondern das hier erstmal ein pokémon auftauchen so was gibt es denn hier für pokémon wahrscheinlich wieder überlevelle dieser samen level 25 alter schwede die level die sind ja fett übertrieben irgendwie um es jetzt übertreiben zu müssen allerdings hätte es schon längst 1 1 son das ist eine entwicklung von einer zusammen dieser knost mehr genau war gerade auf der leitung dass der entwicklung von dem ist na gut dann mten nehmen wir gleich dieses duck man mit ember könnten wir das team ein tun aber ich glaube die fange hat es ein bisschen zu hoch gibt stachel quatsch das ist gift bruder brenner du brennst jetzt so und so power ich schmeiße meinen ball obwohl ich eigentlich ein anderes pflanzen pokémon wir haben gar keine bälle na gut dann musst du sterben tut mir leid wir haben keine bälle sonst würde ich jetzt fangen ok das gift wir laufen mit dem vergifteten pokémon durch lavandier oder wie auch immer die stadt heißt ich nenne die städten namens immer beim originalen weil ich die städten namen mich nicht so schnell einbringen kann und hier kann man schon super bälle kaufen aber leider keine anderen bälle wir haben 1268 geld deswegen sagen weil wir gerade eben verloren haben am anfang des parts ja gut die musik ist kacke ich weiß aber gehen ins pokémon seien ab so blablabla 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 die musik eine der geilsten musik in pokémon ever kaputt ist kaputzi pro lewgeln für was johle will ja gut kann man wasser pokémon bekommen wie auch im originalen krabbi ok krabbi sind was die level die sind ja die werden immer übertrieben hier tauchen schon 26 auf anscheinend hat man dann am ende des let's plays dann 100er pokémon mit dem man dann mit dem der top 4 kämpfen muss glaube ich wie in der blablabla blablabla welchen wo das tue ich mir nicht an ich habe keinen bock zu kämpfen was kommt jetzt intern 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 entwickelt sich eigentlich dann bald und dann muss morgen genutzt mag irgendwann vergiftet habe ich da kommen dass unser morgan des ent und schaffen wird müssen wir mal ein bisschen schauen ich hole mal rex raus ich glaube kommen dass ente und wassertag drauf hat das gleiche momentan nur mit kratzer an die beißt scratch na gut scratch enton hört bei polissen so weiß man was weiß man weiß was weiter zu tode weiß man oder bis muss weiß was weiß was könnte man so ein produkt wenn so keine ahnung irgendwas irgend so einen unnützten scheiß vermarkten so und ist dann weiß das denn wir stellen sie noch heute unseren guten beißers zu einem unglaublich günstigen preis für nur 99 euro 99 und ich rede hier mal trago nie eigentlich schon längst aber wir haben keine bälle ich kaufe mir ein paar fälle aber die hier kann man ja super bälle kaufen und die sind viel zu teuer für das geld was wir gerade was hier nur haben wir haben nur 1000 also wir müssen zurück in die stadt also nach azuria city oder wie auch immer und bälle kaufen slimer grämmer ist ein gutes pokémon beziehungsweise slime hat sehr viele kp und könnte man mit 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 erholung und säurepanzer kombinieren das ist eine richtig geile taktik und dann noch toxin einsetzen mit komprimator noch in kombination es ist also ja es bewirkt also ein komprimator wird das leider nicht mehr getroffen werden kann beziehungsweise slime und er sind das europäische mit die verteidigung stark pubenloff jigglypuff na gut ich glaube das jigglypuff kann man schon klein kriegen ich mach mal einen angriff mit smog ok jigglypuff was poisons jigglypuff used sing fuck ich hasse sing ich hasse sing jetzt haben wir sehr viele möglichkeit auf einmal wo wir in lavandia jetzt angekommen sind überraschenderweise für die selbe spielzeit werden wir normalerweise erst in azuria city angelangt enemy chigglypuff used is able but it failed you failed ja ok ich muss wechseln ich habe es kein wobei das könnte jeden moment aufwachen jeden moment nach dieses smogern auf jetzt wachen sich auf du stück ja du fliegender giftball der gift ausströmt genau und sich selber weh tut das move ist disabled na toll ok daneben mit teckel dem 5 hp noch health points ich sag immer hp oder mkp irgendwie immer zwischendurch immer so ja im deutsch heißt es ja hp die kraftpunkte und im englisch heißt es hp die health points und hier schon wieder ein slimer ich habe jetzt allerdings keine lust gegen dieses slime anzutreten ich möchte hier raus und pokébälle kaufen tragosso q bone zum bleib q bone zeig deinen knochen jemand anderen was habe ich gerade gesagt komm geh weg mit deinem schädel und zeig deinen knochen jemand anderen jesse zum beispiel ja ich habe mich versehentlich vertippt und das hat dazu geführt dass unser smogern jetzt down ist tschüss ok jetzt sind wir wieder in azuria city so schnell kann es gehen und kaufen wir uns gleich ein paar bälle 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 wo geht es nochmal hier lang genau pc pc ich sage ich lese immer pcb das ist so ein schulfach bei in der hauptschule ist es ein schulfach das ist eine abkürzung für physik chemie und biologie das hat man alles dann einfach in der hauptschule ja aber zum glück habe ich die hauptschule fertig jetzt denkt ihr wahrscheinlich der hauptschüler der ist bestimmt der ist bestimmt total unerzogen nein bin ich nicht ich bin ganz wohl erzogen ihr kleinen ich sage jetzt mal vorurteiler so ich glaube sechs müssen reichen jetzt haben wir unsere ganze kohle für sechs pokébälle ausgegeben sechs pokébälle das ist doch gar nichts wir brauchen mehr kohle das heißt wir müssen von müssen weniger verlieren wenn wir ständig verlieren dann kommen wir auch nicht weiter so und jetzt müssen wir zurück wieder nach lavandir nachdem wir die pokébälle hier nachdem wir hier einen extrem langen weg hier haben um nur sechs pokébälle einzukaufen die wir jetzt gleich dann wieder verschwenden werden für gar nichts glaube ich ich wette bei wir finden darin schmeißen die sechs pokébälle und nix tut sich habe ich so im urin ok wie ist wieder ein zubat pokémon haben wir ja geheilt nutzen wir gleich die chance und trainieren ein wenig aber weiß mich doch nicht ganz schön bis ich diese zubat hier tackle ich tacle dich voll leechle leechle socket head vom esen ebens morgania so gleich haben wir dieses zubat wir können es auch fangen aber ich möchte keine bälle an dieses zubat verschwenden well ein wilson super naja gute sehr gar nicht untypisch dass hier in jede wille in suchuck auftaucht aber tschüss ich habe keine lust�ost Die beißen mich nur und stehen in meinem Blut. Wie gesagt, ich habe keine Lust auf dich. Tut mir leid, Zubat. Kämpfen wir ein anderes Mal, okay? Heute allerdings nicht. Ich habe keinen Nerv dazu. Tschüss. Okay. Es gibt dann halt einen Schritt vor dem Ausgang. Willst du mich verarschen? Ja, ich sage es Arschen. Verarschen. Verarschen. Wollen Sie mich verarschen, Mr. Grimor? Mr. Grimor. Könnte eigentlich passen. Hi, my name is Mr. Grimor. And we are in Lavandertown. Okay. Fangen wir uns ein Dratini. Oder ein Pflanzenpokémon, das ich ins Team haben will. Ich möchte noch ein Wasserpokémon, das Team haben. Ein spezielles. Warum gehe ich hier rein? Warum zum Teufel bin ich hier reingegangen? Kann mir das jemand erklären? Ich will doch da gar nicht rein. Hier will ich hin. Dam, 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 dam. Ich bin mir hier der originale Pro. You can have this TM. I don't need it anymore. Ja, das ist der Sternschauer. Ganz wie ich dachte, wir können es eigentlich ein Pokémon beibringen. Sternschauer ist für das erste gar nicht so schlecht. Das müsste es da erst irgendwas mit Star. Zwift, na gut, Zwift ist komplett daneben. Rex könnte Sternschauer erlernen. Aber ich hätte eher gehofft, dass man die Attacke lernen könnte. Tut es aber nicht. So, hoffentlich sind hier keine überraschenden... Trainer! Ich mag keine Trainer. Wenn es ein Angler wäre, was sucht ihr ein Angler? Ich laufe hier mal ein bisschen hin und her. Und dann wird es Pokémon taucht auf. Oh mein Gott. Es ist ein... So, jetzt werden wir nochmal unsere ganzen Bälle an dieses Tratini verschwenden. Smog! Tratini was poisoned. Agility, er wird seine Initiative. Und das stark. So, das Gift schalte ihn erst mal. Das ist gut, das ist vergiftet, dass er wird die Chance erst gefangen ist. Fangen. Normalerweise kann man Tratini, ist ja eben... Deshalb fällt so eine Fange im Originalen. Oder in der Spielhalle kann man eins kriegen. Ja, allerdings kriegt man es wild. Jetzt hör auf mit dieser Wickelattacke. Ich mag diese Taktik nicht. Tratini Attack Continues. Da, 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 da. Da, 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 da. Natürlich noch Donnerwelle dazu, damit Wickel immer trifft. Er immer als erstes angreift. Na gut, das kann man klicken. Jetzt kann nur, ähm, das Gift Tratini auf die benötigte KP-Anzahl herunterbringen. ja ganz wie ich mir dachte wobei der wickel schadet ihnen ja auch also ist nur ausgleichende gärtigkeit ist gerade so ich frage mich schon nicht anfangen soll bälle zu schmeißen hier gibt es ja gar keinen bereich der angezeigt wird pokémon rot gespecht oder grün sondern hier ist alles in schwarz weiß mein gott ein schwarz weiß display ist ja wie im zweiten weltkrieg na gut ich probiere es mal mit zwei genommen es gibt im schalte immerhin immer wieder soll ich habe jetzt fahre ich an bälle zu schmeißen nein und ich habe mich vertippt ich vertipp mich so oft obwohl ich das gar nicht will so jetzt pokémon ich werde werden verfehlen ja nicht mal na toll der pokémon 3 in den ball rein ich brauche dich du trage ich mache dich zum drago an also ja ist nur gut für dich wenn du diesen bleibt in dem ball drin bleibt und ich fange schon wieder an will kauderwelschen zu kauderwelschen genau ich sage es kauderwelschen ja ganz wie es befürchtet habe wir werden jetzt alle bälle an diesen platini verschwitten und am schluss wird besiegt wegen dem gift ich verwette da was weiß ich denn da ich würde mal gar nichts dafür weil ihr sonst dann wiederum modzt wir haben es gekocht also ja ok dratini dragon ht 5 15 15 wt 6 0 irgendwie das gewicht oder so hat die höhe und will zu ist das gewicht long kurs ist art mystical pokémon junte wicke entliegt wenn jetzt mal kolon kolonie was fandet living an der bord da wird ja schon mal ein platini im team und zwar in meinem rot let's play dass ich gespielt habe und jetzt haben wir es noch mal im team was für ein zufall oder ok das taucht jetzt auf ja du kommst zu spät wir haben schon eins gefangen du bleibst du hast deine chance vertanen platini kennis jetzt ist es auf uns und lässt uns nicht fliehen jetzt lass uns fliehen mensch rativen die lasst mich fliehen ich habe angst vor dir lassen mich fliehen ganz schön zickig ich glaube der hat irgendwie der setzt irgendwann wutanfall ein weil wir es nicht gefangen haben so ok zurück in labanir oder wie auch immer dort hini fände der das war das gift von trattini weil wir es ja vergiftet haben blablabla blablabla da gehen wir mal zum namen namen bewertet ich habe vergessen es einen spitznamen zu geben und zwar haben wir ja im schwarz lp ein pokémon namens allwine genannt und das möchte ich hier fortsetzen das heißt ich nenne dieses ratigen jetzt lab blablabla bla 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 jaja all wo es ll wo es elf und alphabetisch du 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 na wo ist also die in punkt und noch mal die letzte nein ich habe da ich wollte eigentlich nur noch eine leerzeile machen und ist dann löschen weiter was ergänzen möchte ja 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 komm ok a l d u a l du i n e leerzeile j 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 trago an sogar eis attacken fickt den scheiß da war kann feuer attacken lernen ok jetzt schauen wir mal das ist noch für pokémon hier in dieser route gibt aber wir können uns also in die gleich testen ich habe eine taktik entwickelt die jetzt nur in der roten gelben beziehungsweise in blauen edition gibt und mit dem man jedes pokémon kennen kann egal welches es ist selbst als mutter ist können mit dieser taktik hier ist unser opfer poli weg und hier ist unser team wir setzen zuerst eine welle ein du verdammte stück scheitern nach auf noch endlich so ist verparallysiert dieses poli weg hausies poli weg weg so netz das ist ja wickel ne ja genau so und jetzt ist unser team immer schneller und entwickelt wird den immer treffen und solange wickel aktiv ist kann er keine attacken einsetzen das heißt eine nächste attacke wird blockiert und wir können das immer wieder einsetzen ohne dass unser dratini ernsthaft in gefahr geht beziehungsweise ja und damit können wir auch mit dem nächsten part killen beziehungsweise wie auch immer die heißt seien hier ist sie glaube ich nicht sein die spon shop ja so und das ist die taktik auf diese taktik wurde ich auch mal gekillt wurde sogar meinen meinen glurack mal gekillt ja so und dann laufe ich jetzt zurück nach azurias city stelle mich wieder vor dir das handy und dann geht's im nächsten part weiter dann schau denn wie sie noch mal heraus mit unserem neuen pokémon mit unserem dratini allerdings müssen wir aufpassen dass die apm nicht bei wickel runter gehen ich schau mal nach wie viel ap wickel eigentlich hat und zwar hat wickel angriff 41 für level 25 ganz schön gut eigentlich okay ab rap hat nur 20 ap das ist naja aber es trifft ja mehrmals also ein arm ein web ist ja sind mehrere angriffe wir können uns vielleicht mit dem mit dem ap plus ein bisschen erhöhen und da haben wir richtig gutes drago rand später das wickel und donnerwelle kann und da können wir echt jedes pokémon killen wenn es auf level 100 zum beispiel ist was sicherlich in dem lp nicht unwahrscheinlich ist dass es passieren wird und wir system diesmal kein pokémon aufgetaucht was mich sehr wundert anscheinend haben sie angst vor meinen meinen drago und drago der dratini hat die heißt naja platini verteidigt so pcb bla 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 wo ist die arena hier oben ich kenne mich in der stadt noch nicht so gut aus wer ist das originale zuerst die will ich sofort wissen wo die arena ist nein jetzt bin ich rausgegangen so wir haben noch keine angst vor die wollen wir sie gleich herausfordern ja komm machen wir es gleich vor dem ist gleich aus wir haben noch ein wenig zeit das aluina an erster stelle aluina junior meine ich schuldigung aluina junior aluina ist ja unser gefahrer hi how are you doing mein name ist sandy und dusch quatschen schon wieder voll ab in den kampf und dieses aqua so das level von aluina ist ganz in ordnung so greifen wir zuerst an mit donnerwelle und jetzt fangen wir mit der taktik an ich hoffe sie jetzt kein ideen dagegen ein so und ich glaube das kann jetzt ein bisschen dauern aber wir kriegen die sagt waren ist da klein und das ist sich wert und sie kann nicht immer themen einsetzen das ist doch mal geil oder okay ich nehme zurück das war ein extrem fällen epic fail war das na gut kriege deck funktioniert immer als erstes anscheinend ist die taktik nicht so bombensicher wie ich mir gedacht habe hoffentlich ist jetzt weiß pokémon nicht so schnell und diesmal gegen der tag daneben kann man es nicht mehr passieren aber dafür war ihr jetzt da eine paralyse aluina juniors ganz schön stark verdammt schon wieder klicke deck hätten vielleicht ein trank kaufen sollen wobei er mir gar kein geld mehr wir sind zu haben wir haben kein geld für einen trank ich mag diese taktik die habe ich übernommen von einem knofenser damals hat das zu fans stahlspreu gegen ein nur eingesetzt und dann immer diese taktik eingesetzt immer diese wickel taktik und bis mein jurat irgendwann daumen war und was das unfaire ist die gegner haben ja alle unendlich ab ja und ist dann besonders mies gewesen hat sich wurde mein jurat eiskalt von einem von einem knofenser besiegt level keine ahnung 25 war das glaube ich mein jurk hatte 33 habe ich mir mal ein bisschen spaß gemacht und mit einer gewerfahrt hatte angegriffen das hat dann hat das knofenser den takt überlebt natürlich hat es dann stark gesprungen gesetzt dann wollte ich es kurz machen und dann wollte ich es kurz machen und ist mit einer glute tage beenden allerdings kann dann diese taktik hier und ich konnte gar nichts mehr machen und das war die geschichte wie ich zu dieser taktik haben was zum toll hat es gerade 0 ap abgezogen habe ich das richtig gesehen rkp so das erst hätten wir schon mal 1000 erfahrungspunkte respekt lala 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 was machen wir jetzt die taktik funktioniert vielleicht und sind ja noch ich habe keine ahnung das war es gerade in aussetzer also nicht die attacke sondern weiß nicht weiß nicht weiß nicht weiß nicht weiß nicht das könnte sehr knapp werden auf jeden fall kann unser altes lapos von dem gegner nicht mehr so viel machen aber es zieht viel zu wenig ab es kommt noch nicht die fenster zu und wir haben noch fünf ap das wird echt extrem knapp wenn wir unsere vokano einsetzen dann und ein blutstrahl kommt dann haben wir sofort verkackt wobei 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 wickeln wir es zu tode er soll wegen diesen bilderbildes ist liegt die liegt am spiel und der uns alt wie auch ein hb hat nein neben aggut zum weg er paralysiert jetzt ist gar nichts mehr ab oder sich das falsch ein wahrscheinlich zu 1 kp ist gerade ab alles funktioniert ganz gut die taktik bis auf dass wir jetzt keiner mehr haben ap mehr haben es kommt eben leer als vorbereitung für unser vokano warum geht ihr taktik daneben es geht auch daneben verdammter mist warum geht jetzt die attacke daneben liegt es am wickel oder was hallo ich verstehe es gar nicht mehr warum tritt jetzt gar eine attacke mehr war das feld enemy lab was du bist bald fällt na gut dann machen wir es eben so lange bis meinen datini hier kommt es funktioniert nicht hallo es ist verstehe ich jetzt echt nicht warum geht jetzt die attacke daneben ich wechsle mal vielleicht hat es dann irgendwelche auswirkungen natürlich was ist das denn das ist der seltsamste kampf den ich je gemacht habe banken jetzt die attacke daneben das verstehe ich also ja als verloren haben wir schon mal das kann ich jetzt schon sagen aber warum warum geht die attacke daneben und warum setzt das mist ein wenn die trottin die daraus haben ich verstehe jetzt gar nichts mehr soll ich spielen oder habe endlich weiß nicht ich ja also das können wir jetzt nur noch machen bis im verzweifler kommt aber warum geht der tag daneben kann ich mir irgendjemand sagen weißt du es könnte ihren kommentar schreiben ich habe keine ahnung warum es jetzt gerade so ist wie es ist das können wir noch 30 mal agilität ja gut dann 26 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 10 9 7 6,- 4 42 1 verzweifler na gut wir haben nicht so viel geld dabei gehabt das heißt wir haben auch nicht so so viel verloren aber die taktik funktioniert dass schon mal bloß war das spät starm mit diesem also entweder war das nur ein extremes 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 glück oder es liegt am spiel oder irgendwelche attacken kombination vielleicht auch in der wickeltaktik ich habe keine ahnung gut dann mache ich mich los dann vorne wie sie im nächsten part heraus oder beziehungsweise zu nehmen unser pokémon bis 30 ungefähr oder mal schauen seid gespannt was wir im nächsten part machen und bis dann leute servus